Hallo meine Lieben, in diesem Video geht es um einen Schminktisch. Dieses Mal misste ich ihn nicht nur aus, sondern verpacke alle Kosmetik, welche ich derzeit nicht wirklich benutzt habe, in meinen Kosmetikkoffer. Zunächst einmal putze ich den Tisch gründlich ab, nachdem ich ihn komplett ausgeräumt habe. Anschließend sortiere ich alles in diesen Schminkkoffer ein. Der Koffer ist übrigens von Amazon und eigentlich ein Trolley, allerdings habe ich vorerst nur den oberen Teil benötigt. Ich verlinke den Koffer auf jeden Fall in der Infobox, also schaut da einfach mal vorbei. Etwas Ordnung schadet nicht, also habe ich meine Kosmetik in kleine Bereiche aufgeteilt, wie Lidschatten, Lippenstifte und so weiter. Musik Musik Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.